Wir haben hier folgende Situation und zwar wir haben einen 4 Kubikmeter Container. Nehmen wir mal an, das ist ein Container oder sowas. Und jetzt ist es so, dass wir nicht nur ein Molekül da drin haben, sondern gleich drei. Wir haben ein bisschen Sauerstoff drin, wir haben Wasserstoff drin und wir haben Stickstoff drin. Und das Problem ist jetzt, wir haben 2,1 Kilogramm von Gas und davon haben wir 30,5 Prozent Sauerstoff, 2,8 Wasserstoff und zwei Drittel haben wir Stickstoff. Und jetzt, das Ganze ist bei Standard-Temperatur, nämlich 0 Grad Celsius und da wisst ihr ja, das sind 273 Grad Kelvin. Was ist der Gesamtdruck in diesem Container hier drin? Und das ist jetzt ein neues Konzept, wir wollen nämlich den Partialdruck von jedem dieser Gase hier rausfinden. Also wie viel trägt jedes von diesen Gasen zum Gesamtdruck in dem Container bei? Und jetzt wissen wir also, ein Teil des Drucks ist jetzt vom Sauerstoff. Das sind also diese blauen Pfeile hier. Hier klopfen also die Sauerstoffatome gegen die Wand, die drücken dagegen. Das gleiche ist für den Wasserstoff und auch für den Stickstoff. Das ist das braune Gas. Der Partialdruck ist also ein Teildruck, der vom Sauerstoff kommt und ein Teil kommt dann eben von den anderen Gasen. Und als erstes müssen wir hier mal die Gesamtzahl der Moleküle herausfinden. Und wenn wir die Mole wissen, dann wissen wir vielleicht auch den Druck. Also wir haben 2,1 Kilogramm von dem Gas. Also wir haben, fangen wir mal mit dem Stickstoff an, weil da haben wir nämlich das meiste davon. Wie viel Mol von Stickstoff haben wir drin? Wir haben also 66,67 Prozent von diesen 2,1 Kilogramm. Und rechnen wir mal das Ganze in Gramm um, also 2,100 Gramm. Und so molekulare Massen rechnen wir eigentlich immer in Gramm aus. Und atomare Masseneinheiten sind immer in Gramm. Also zwei Drittel davon von 2,100 Gramm sind 1,400 Gramm sind hier Stickstoff drin. Was ist die molare Masse von Stickstoff? Wir kennen ja die atomare Masse von Stickstoff ist 14. Dieses Molekül hat zwei Stickstoffe drin, also ist es 28,28. Ein Molekül Stickstoff hat also 28 atomare Masseneinheiten oder ein Mol Stickstoff hat 28 Gramm. Also ein Mol ist 28 Gramm. Wir haben aber 1,400 Gramm. Man kann ja auch sagen 28 Gramm pro Mol. Und wir haben 1,400 Gramm insgesamt. 1,400 Gramm geteilt durch 28 Gramm pro Mol. Was kommt da raus? 1,400 geteilt durch 28 macht 50. Haben wir gut gemacht. Also wir haben hier genau 50 Mol Stickstoff hier drin. Können wir gleich hier oben hinschreiben. Also 50 Mol. Gut, okay. Jetzt nochmal den Sauerstoff. Wir machen jetzt genau das gleiche für den Sauerstoff nochmal. Also machen wir hier Sauerstoff hier unten in blau. 30, das ist also die, diese Prozent sind übrigens die, die, die Prozentzahlen in der, in der Masse und nicht in den Mol. Also 30,48 Prozent von 1200 Gramm. Macht wie viel? Also 0,3048 mal 2100. Gibt, okay, 640. Macht also 640 Gramm Sauerstoff. Was ist die Masse von einem Mol Sauerstoffgas? Die atomare Masse von einem Sauerstoff, Atom, ist 16. Da kannst du ja im Periodensystem der Elemente nachschauen. Also ist die atomare Masse von diesem Molekül 32 atomare Masseneinheit, AMU. Also 1 Mol Sauerstoff hat 32 Gramm. Wir haben aber 640 Gramm. Wie viel Mol haben wir? 640 geteilt durch 32 ist 20. Das kannst du im Kopf ausrechnen. Also wir haben hier 20 Mol Sauerstoff. 20 Mol. Und jetzt müssen wir nur noch den, den Wasserstoff ausrechnen. 2,86 Prozent. 2.100 Gramm. 2,86 Prozent davon. Also 2.100 Gramm. mal 0,0286 gibt, ja, also sag mal 60 Gramm. 60 Gramm Wasserstoff haben wir hier drin. Also 2,86 Prozent von den 2.100 Gramm sind 60 Gramm. Was ist jetzt die molare Masse von Wasserstoff von H2? Wir wissen, dass das Wasserstoffatom selber hat eine Masse von 1. Also hat das Wasserstoff Molekül hat 2 und die molare Masse ist also 2. Also 1 Mol wiegt 2 Gramm. Und wir haben aber 60 Gramm. Wir haben aber 60 Gramm, also haben wir hier drin, wie viel haben wir? 30 Mol hier drin. 30 Mol Wasserstoff sind da drin. Das ist übrigens interessant, obwohl Wasserstoff nur eine ganz, ganz, ganz kleine Masse hier drin hat, in dem Container, nur knapp 3. Haben wir insgesamt mehr Moleküle von dem Wasserstoff, als wir Moleküle vom Sauerstoff haben, obwohl der massenmäßig viel, 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 viel mehr ausmacht. Der Grund dafür ist, dass einfach der Wasserstoff so wahnsinnig leicht ist. Wir haben also insgesamt mehr, mehr Partikel von dem Wasserstoff. Und bitte denkt dran, uns geht es jetzt wirklich nur um die Anzahl der Partikel und jetzt geht es uns gar nicht mehr so um die Masse. Das heißt, die Gesamtzahl der Moleküle vom Wasserstoff, das ist mehr als vom Sauerstoff. Und wenn wir das mal alles hier zusammenzählen, haben wir insgesamt 100 Mol von dem Gas. Wenn wir den Gesamtdruck jetzt mal haben wollen, jetzt lösche ich das erstmal weg, damit es übersichtlich bleibt. So, schwupp, weg ist es. Gut. Damit du nur das Wichtigste siehst, wir haben also in diesem Ballon insgesamt 100 Mol drin. Jetzt hier nochmal die Gleichung. PV ist gleich N mal R mal T. Wir wollen nach dem Druck auflösen. Wir haben also P mal 4 Kubikmetern. N ist die Anzahl der Moleküle. Wir haben nämlich 100 Mol hier drin. Mal R. Und ich lasse jetzt erstmal hier frei für R. Mal T. Wir rechnen das ja in Kelvin. Wir haben also 0 Grad Kelvin. Das 0 Grad Celsius. Das sind 273 Grad Kelvin. Wo habe ich meine R's aufgeschrieben? Wir haben also Kubikmeter. Wir haben also Kubikmeter. Und 8,3145 Kubikmeter mal Pascal geteilt durch Mol mal Kelvin. Also tragen wir hier ein. 8,3145. Und ich lösche das nochmal weg, weil ich will auch die Einheiten hier drin haben. Und die Einheiten waren Kubikmeter mal Pascal geteilt durch Mol mal Kelvin. Wie waren sie in Temperatur? 273 Grad Kelvin. Jetzt schauen wir uns mal die Einheiten an. Also die Kubikmeter kürzen sich raus. Dann kürzen sich die Mol hier raus. Dann kürzen sich die Kelvin hier im Zähler raus und hier im Nenner. Was bleibt also übrig? Pascal. Und das ist super. Denn wir wollen ja letztendlich auch den Druck ausrechnen. Jetzt teilen wir noch beide Seiten der Gleichung mit 4. Dann bleibt P übrig. Also machen wir hier gleich 25 draus. 25 mal 8,3145 mal 273. Was ist übrig geblieben? Die Pascal. Wunderbar. Super. Denn wir wollen ja einen Druck ausrechnen. Also rechne ich das aus. 25 mal 8,3145 mal 273 gibt 56.746 Pascal. Das ist vielleicht für dich jetzt eine verrückte Zahl. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass eine Atmosphäre 101.000 Pascal hat. Und also 100.000 Pascal entspricht einer Atmosphäre. Also der Druck, in dem du jetzt gerade bist auch. Und ja, jetzt schauen wir mal hier nach. Jetzt habe ich hier in dieser Tabelle, das sind die Standarddrücke. Okay, wir können das jetzt auch in Kilopascal schreiben. Also 56.746 Kilopascal. Und wir können das jetzt auch in Atmosphären schreiben. 56.746 geteilt durch 101.325 ergibt 0,56 Atmosphären. Das ist also der Gesamtdruck von all diesen Gasen hier drin. Das ist der Gesamtdruck. Und jetzt wollen wir wissen, was ist der Partialdruck der einzelnen Gase? Was ist jetzt, sagen wir mal, was ist der Partialdruck jetzt nur von dem Sauerstoff hier drin? Wenn du jetzt, jetzt ist es ganz wichtig, dass du dir nur die Moles anschaust. Und zwar, was interessiert uns jetzt nur die Anzahl der Partikel? Denn wir wissen ja, dass der Druck proportional ist zur Anzahl der Partikel. Also schauen wir uns, der Sauerstoff hier macht 20% der Partikel aus. Also ist der Partialdruck vom Sauerstoff, und zwar schreibt man das so auf, PO2, das ist 20% von dem Gesamtdruck, 20% von 56.746 Kilopascal. Und ich habe diesen Druck hier genommen und ich kann aber auch die Atmosphäre nehmen. Ist egal, kann nicht beides machen. Schauen wir uns das mal an hier. Also wir haben das ja hier noch übrig von vorhin, diese 0,56 mal 20%. Das macht 0,12 Atmosphären. Ist gleich 0,112 Atmosphären. Das sind 20%. Wie habe ich das ausgerechnet? 20% der Moleküle sind nämlich Sauerstoff hier drin. Wir haben in unserem Ballon 100 Mol drin an Molekülen. Und 20, 20 von den 100 sind nämlich Sauerstoff gewesen. Und der Druck davon ist eben 0,12 Atmosphären. Und wenn ich das jetzt ausrechne in Kilopascal, dann gibt es ungefähr 11.200 Kilopascal. Ich kann jetzt das mit all diesen drei Zahlen hier machen. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Stickstoff. Und wir haben ja gesagt, obwohl zwei Drittel der Massen, also 1400 Gramm Stickstoff ist, ist es aber nur 50% der Masse. Das ist nur 50%. Und wir wollen uns jetzt ja eigentlich nur die Moles anschauen. Und wenn ich jetzt also den Partialdruck vom Stickstoff haben will, dann ist es 50% von diesen Zahlen hier oben. Und das sind dann eben 28.000 ungefähr, naja, ich rechne das jetzt im Kopf gerade aus, also 28.373 Pascal. Aber das ist jetzt nur im Kopf gerechnet. Das ist das gleiche wie 28,4 Kilopascal. Und 0,28 Atmosphären. Und jetzt wollen wir als letztes noch den Partialdruck vom Wasserstoff ausrechnen. Und da haben wir ja gesagt, obwohl es total eine kleine Menge von der Masse ist, macht es 30% der Moleküle aus. Und uns interessiert jetzt wie gesagt nur die Moleküle und nicht mehr die Masse. Und bitte denkt daran, wenn eine kleine Masse, kann die gleiche kinetische Energie haben wie eine große Masse. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Wasserstoffmoleküle, die sind also kleiner und leichter, bewegen sich schneller und machen dadurch vielleicht einen ganz relativ hohen Druck auch aus. Und machen wir also 30% von 0,56. Und das macht wie viel? Das habe ich jetzt mal im Hintergrund gerechnet. 0,168 Atmosphären. Also der Gesamtdruck, der Gesamtdruck sollte sozusagen die Summe der Partialdrucke sein. Also das von dem Stickstoff und vom Sauerstoff und der Druck vom Sauerstoff und vom Wasserstoff. Also 0,28 Atmosphären plus 0,112 Atmosphären plus 0,168 Atmosphären. Wenn du das jetzt aufaddierst, dann wirst du sehen, dass die insgesamt 0,56 Atmosphären ausmachen. Das ist der Gesamtdruck in unserem System. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen lange und haarige Geschichte. Aber der wichtige Punkt ist so, dass jedes Molekül zum Druck beiträgt, eben in dem Ausmaß, in dem wie der Anteil der Teile da drin ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend für euch. Und dann ist das so. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend.